Ok, wenn wir ein Loch kommen, was magst du denn? So kommen wir nicht bei Backe, wenn du so um eine andere Wurst hast. Naja, ok. Ein bisschen warten wir noch, bis der Papa alles fertig hat und zum Atem. Wo ist denn? Hm? Willst du spielen? Willst du spielen, Schatzi? Na, servus! Wie, gefällt dir die Decke nicht? Anscheinend. Wurzel, was magst du denn? Magst du eine Puppe haben? Hm? Andere Puppe? Die Furcht schon ausgesucht, na gut. Na, weiter ein bisschen. Wie schaut es mit dem Hasi aus? Hm, Hasi. Na bumm. Ja toll, ich verbring dir die Puppe, mein Schatz. Bring die Puppe. Na, fröhlich. Na. Du sollst die Puppe bringen, du laus Puppe. Ach, du wartest, dass ich komme. Oh, wie. Na, die Frau ist nicht so schnell. Warte ein bisschen. Na komm her. Wo ist die Puppe? Ein Löwe. Ein Löwe. Ein Löwe. Ja, okay. Wie wohnt es denn mit Spitzburg? Ah, ja, ja. Scheiß aber auf. Das tut man nicht. Das ist nicht schön. So spielen wir nicht. Wenn ich die Puppe nehmen möchte. Du kannst spielen. Und Dekor los ihm in Ruhe. Du darfst das haben, ist ja deine Puppe. Wolltest du ja spielen, gell? Aber wir dürfen es nicht verteidigen ohne Blödsinn. Du, das Puppe. Was ist denn mein Schücher? Was ist denn mein Schücher? Was? Was bist denn so lustig? Hast du es ausgeheckt ohne, dass ich es weiß? Hast du es ausgeheckt? Schücher. Danke.